Musik Hey Leute, ich hab gehört der Läscher hat keine Idee für das 100 Videos Video Also lasst uns alle zu Funk Royale gehen, los, komm, los Hey Läscher, ich hab ne Idee Scheiße, Mann, wer bringt mich denn auf eine Idee? 100 Videos, Alter Aber ich sage doch, ich hab ne Idee Mann, sei ruhig, ich kann nicht nachdenken Ich meine, Scheiße, ich hab ne Idee, Mann Mann, wer bringt mich denn jetzt auf eine Idee? Ich könnte kotze Ey, Alter, ich hab ne Idee, hör mir zu, du Wichser Sonst hau ich dir eine rein mit meinen Flügel Halt die Fresse und raus damit, du Spaß, sonst hau ich dir auch eine rein, aber auf die Flügel Ja, ist ja okay, reg dich ab, Alter, und jetzt hör mir mal zu Diese Idee ist der Überhammer, du spielst Tetris Scheiße, Mann, bist du behindert? Das gab's schon viel zu oft, Alter Reg dich ab und verpiss dich jetzt hier, verbreinem Ja, Leute, ihr habt's gesehen, wie bescheuert ich sein kann, ne? Ähm, ja, das war mehr oder weniger Freestyle Ich hab mir das alles unterwegs ausgedacht Also bitte nicht so hart bewerten, ich synchronisiere zum ersten Mal Hat aber Spaß gemacht Und ich hab immer noch keine Idee für das 100 Videos Video Für das 100. Video Und deswegen mach ich, ähm, ich gucke, ob mir vielleicht noch was einfällt Das werde ich dann hier dran kleben PISS So, ja, mir ist was eingefallen Und zwar werde ich meine eigene Musik surfen Hm, was ist denn jetzt los? Na, egal Ähm, 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 ähm Ähm, ähm, ähm Äh, okay, mal sehen Wo sind meine Lieder? Ein Desktop Desktop Da, genau das So, jetzt kann's losgehen Ich musste aus dem Video ein paar Sachen rausschneiden Ähm, das weiß ich jetzt schon Warum auch immer Werd ich euch nicht sagen Ist ja egal Und jetzt viel Spaß Yo, das ist Zeiss Mein erstes Battle in der RBA gegen Bash Irgendwie kam ich auf dem Track nicht klar Deswegen kling Yo, das ist Zeiss Mein erstes Battle in der RBA gegen Bash Irgendwie kam ich auf dem Track nicht klar Deswegen klingt nicht so gut wie immer Naja, wird zu dem Spaß hier schon reichen Let's go Yeah Das ist Science, bitch Ich hab noch einiges vor Meine Releases in den Läden So wie Bälle ins Tor Doch es geht mir nicht ums Geld Ich will Respekt in die Ecke Endlich ist es soweit Ich muss meine Tracks nicht verstecken Yeah Ey, ey, es reicht mir jetzt Spürst du wie dieser Track dich innerlich zerfetzt? Normal wie du rappst Da fallen mir die Ohren ab Ich brauch kein Basie Ich mache dich auch ohne Platz Hey Und ich rede nicht von Schlägerei Komm ich aus dem Haus Geh in alle fiesen Schlägerei Denn ich bin übers bitter Für alle Waxer-Ficker Du willst gegen mich Better nicht belesen Ich bin doch Nicht empfehlenswerter zu Nur vom Staat verboten Bitch, du Rappers Hättest du in deinem Sack nen Knull Ich hab's dir angeboten Du hast es abgelehnt Deine Prank, du liegst auf dem Boden Bitch, wie gelehnt Yo, das war Sci-Fi Die erste Runde in meinem ersten Battle An die Leute, die einfach nur zu behindert sind Ich hab nix gegen Bash Ich kenn ihn ja nicht mal Es gibt hier Leute, die korrekt sind Und die das auch wissen Aber es gibt auch verdammt viele Schwasten Die alle so verdammt ernst nehmen, Alter Deswegen Peace out Bash Viel Spaß beim Battle Wir hören uns in der zweiten Runde Yeah No Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020